Musik Der 300 SL war schon bei seinem Erschein in den 50er Jahren eine Legende. Er kam direkt aus dem Motorsport, er war ein Nachfahrer eines Rennwagens und er war das Schnellste, was auf deutschen Autobahnen fuhr. Mit etwa 220 kmh konnte man eigentlich jedem anderen Auto davonfahren. Die Verwandtschaft mit dem Vorgänger zeigt sich in erster Linie optisch. Extreme Proportionen natürlich, die Motorhaube groß wie ein Hubschrauberlandeplatz und die Flügeltüren eher eine Remiszenz an den Vorgänger als technisch unbedingt notwendig. Man kann sagen, er ist heute als Supersportwagen ähnlich überlegen wie sein Vorgänger zu seiner Zeit war. Ich glaube also, dass auch der SLS das Zeug zur Legende hat. Er ist einfach auf seine Art einzigartig, heute schon allein wegen der Flügeltüren, aber auch vom Konzept her. Und er ist der erste Supersportwagen von Mercedes oder AMG nach dem Original SLS. Dazwischen gab es eigentlich nichts Vergleichbares und deswegen glaube ich, dass auch der SLS eine Legende wird.